Hallo, mein Name ist Stefan Menden. Ich bin der Gründer von JustBook. JustBook ist eine Smartphone-App, mit der man Last-Minute-Hotels buchen kann. Man kriegt dabei schöne Last-Minute-Rabatte. Die App ist kostenlos für Android und für iPhone und Blackberry runterzuladen und ermöglicht dir einfach, coole Hotels zu buchen. Wir haben JustBook gegründet, ziemlich genau vor einem Jahr. Und mit vier Gründern gemeinsam damals angefangen, das Ganze aufzubauen. Mein Tipp für Gründer, die jetzt auch darüber nachdenken, was Eigenes zu starten oder die ersten Investoren zu suchen, ist, man muss sich ein super Team zusammenstellen. Und dann, glaube ich, würde ich viel networken, viel auf Veranstaltungen in Berlin oder sonst wo gehen. Hi Berlin heute, The Europas jetzt die Woche, Pirate Summit in Köln, Pioneers Festival in Wien. Viel networken, Investoren kennenlernen und nicht einfach blind Business-Pläne rausschicken, sondern mit den Investoren irgendwie auch einen Kontakt aufbauen und ein Vertrauen aufbauen. Und dann klappt es auch mit dem Start-up.